Joa. Ähm, was wollen wir auf den Monden auswechseln? Den Silben? Ne, der war schon zu krass, oder? Ne, lass uns mal... Welche gab's noch mal? Es gibt Experimentation Rainy. Also regnerisch. Assurance Flooded. Mach vielleicht mal den ersten Mond, den wir hatten, weißt du? Weiß nicht, wie der heißt. Nehm jetzt... Wow. Ne, ich nehm Experimentation, das war der bestimmt, weil der ganz oben steht. Und ja... Schauen wir mal, ob das der ist. Ja, das ist der. Genau. Aber es ist regnerisch. Okay. Ist es schlimm? Ne, let's go. Mal gucken, wann die Lieferung kommt, oder ob sie überhaupt kommt. Das stimmt, ja. Was für ne Lieferung. Ich hab Profi-Flashlights geholt. Warum hast du denn die Teure gekauft? Was? Warum hast du die Teure gekauft? Die verlieren wir doch sowieso nur. Wer hat jetzt eigentlich das Flashlight dabei? Ich hab's. Gut. Der Typ, der immer stirbt, hat das Flashlight. Perfekt. Genau. Wie ich nicht auswählen kann. Ich geh mich mal umgucken. Da, 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 da. Oh mein Gott. Jaaa. Jetzt hieß die Musik. Jo, die ist ja richtig hell. Ja, warte. Wie viel haben wir jetzt von denen? 5. Warte mal, ich stell jetzt mal eine von denen ins... Ich hab jetzt zwei, eine leg ich mal ins Schiff rein. So. Jo, der Krieg ist ja ultra nice. Wollen wir mal mit nur zwei Flashlights oder sowas unterwegs sein? Mit was, was? Ich hab mir jetzt fest vorgenommen, die Profi-Lampe zu verlieren. Ich meine, dass wir mindestens einen zu Hause lassen, damit wir Geld sparen. Brauchen wir nicht. Hallo, wo du dich? Wo seid ihr? Wir sterben doch hier nicht. Das ist noch nie passiert. Ist so. Links oder rechts, wo seid ihr lang gelaufen? Ja, genau. Hallo. Ich hab' nichts verstanden. Hallo. Wir sind am Eingang. Hallo. An der Apeck kommt der da nicht rüber, oder was? So, du kannst springen, ja. Ist das geil? Der macht einfach die Dance-Move. Ja, wenn du eins drückst. Hier, Mittelfinger. Ja, stimmt. Nö. Geil. Hier ist nochmal ein Notausgang. Oh, und ich hab hier eine Schraube. Soll ich mal aufmachen? Ja. Dann gehst du halt raus. Oh, kein Problem. Das nicht. Hier ist noch eine Schraube. Wo? Alter. Ja. Ich hab die Schraube schon mal vorne hingelegt, dann können wir nachher alles zusammen raus tragen. Ja. Dann geht's aber nicht mehr weiter runter. Okay. Da hinten ist eine Mine, ne? Glaub ich. Kann man die mitnehmen? Ja, wenn du draufläufst. Ne, es ist keine Mine. Oder? Oder? Nö. Oh, ich kann gleich... Ah ne, das ist das, woran wir gestorben sind. Ah! Jo! Was zum Teufel war das denn jetzt? Ah! 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 Lass mal seine Flashlife mitnehmen, oder? Ah! So, hast du. Ah! 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 Das hat so rot geleuchtet, ja! Das scheint an der Meile. Das ist ein Bewegungsmelder anscheinend. Ah, hier ist nichts mehr. Ah! 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 Entsteht! Das ist weiß полностью! Ah! 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 Hier unten ist man noch hin. Nein, ich spring da nicht drüber. Ich spring da nicht wieder hier irgendwo drüber. Hey, du musst einfach nur ein Plenier machen. Ich weiß nicht, hab ich das... Oh, ich glaub wir sollten nicht hier auf diese Dinger aufpassen. Auf was? Auf die Dinger, die Leute zerquetschen. Noch nichts? Hier ist Licht? Da oben? Ne. Oh, ein Key! Ich hab'n Key! Ja, ok. Ich sollte öfters mal diesen Scanner benutzen. Achso, ich spamm den eigentlich nur. Dann seh ich auch, wenn es die Monster, wenn die da sind. Achso, du wirst dann erst getötet. Ne, hier ist aber nichts mehr. Ok. Ok. Tate, ja? Tag? Etze. Ciao. Easy. Ich hab Angst. Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh, hier ist ne... Also meine Taschenlampe ist fast leer. Ne, ich hab hier noch eine. Die kannst du ruhig gerne nehmen. Gleich. Ok. Okay. Hier ist irgendwie noch kein Monster. Nein! Was denn? Der ploppt! Ach so. Ah ja. Ach so. Hm. Hier ist irgendwie nichts mehr. Hm. Schade. Aber wir können hier nochmal nach unten gehen, oder? Also nicht. Wir finden doch hier nie ein Leben wieder raus. Ja. Jo. Hier ist natürlich geschlossen. Ja, warte. Bam. Hey Musk. Oh, was ist denn das hier? Was? Kabel. Das ist Penn. Oh mein Gott. Probier mich, kann ich jetzt meine Taschenlamme gar nicht mehr nutzen. Ich auch nicht. Mann, ist das kacke. Ja. Unten ist ein Sarkasus. Ich glaube, wir gehen mal zum Schiffenlamm. Jo. Geh mal vor. Ähm. Oh. Oh oh. Willst du es hier lassen sichern? Kann wir den noch playen? Der ploppt. Wir dürfen auf keinen Fall nach unten gehen, dann sind wir nämlich hier. Hier, hier, hier lang. Hier können wir den drum machen, oder? Ja, denke ich auch. Ich werde erst mal drei Stunden, bis der kommt. Hallo, plopp. Wollen wir nochmal den Mittelfinger zeigen? Ne, zwei. Ne, zwei. Ne, zwei. Lass ihn hier rum machen, also lass hier hin, und dann. Ja? Wo bist du? Da bist du. Ja, hin weg. Also. Erschwunden. Da kommt er. Da kommt er. Er kommt er. Ähm. Äh. Er hat uns outplayed. Warte, warte, warte. Hier jetzt. Komm. Easy. Mann, sind wir gut. Er hat irgendwie auch mal einen Plop ausgetrickst. So, gibt's lang? Ich glaube, hier lang. Sicher? Ich glaube nicht. Äh. Fuck, Alter. Wie spät ist es? Nee. Nein. Äh. Ich glaube, derweil daher, du wirst erst sterben. Oh, da ist noch ein Plop. Ah ja. Das war der, den wir eingestopfen haben. Scheiße, der andere wird ja auch zurückkommen. Ähm. Ja, warte. Hier, hier, hier. Okay. Okay, warte. Easy. Skill issue. Warte, ich kann doch nicht vorspringen. Wieso kann ich doch nicht vorspringen? Einfach um Wollte überhaupt? Wieder da. Nein. Ah, ich hab's verlassen. Das fällt in die Demut. Hahaha. 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 Holy shit. Ja, gute Pro-Flashlights, Alter. Hahaha. Hahaha. Profi. Hahaha. 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 Ey. Oh Gott. Na gut, dass ich hier noch ne Taschenlampe reingeschmissen habe. Wieso seid ihr überhaupt noch mal da über diesen Jump'n'Run gegangen? Hätte ihr gar nicht gemusst? Ja, weil wir mal zurück müssen. Nein, wir watschen zweimal über den Jump'n'Run. Wir watschen einmal hin und einmal zurück. Hä? Oder? Nö. Nö. Dann seid ihr zweimal hin über den Jump'n'Run, oder was? Ja. Wir sind zweimal über den Jump'n'Run hin. Na gut, selbst schuld. Na gut. Selbst schuld. Selbst schuld. Selbst schuld. Selbst schuld. Das weiß ich nicht. Ich kenn' dieses Spiel doch nicht. Ja, Flender. Ich kenn' dieses Spiel doch nicht. Ich hab' da noch keine Ahnung von. Sie sehen wie hier irgendwie die Profis aus. Ja, ihr habt mehr Erfahrung in diesem Spiel als ich. Ihr könntet den Block zum Beispiel. Hm. Warum ist es dunkel? Das find' ich doof. Verändert sich immer ein bisschen, glaub' ich. Ja. Äh. Was? Was heißt denn Eclipse? Das ist die Sonnenüberdeckung. Genau. Ah, okay. Ich glaub' das ist die Ammon-Zeug. Steht der Ammon vor der Sonne. Äh, gut, dass wir hier einen Wissenschaftler dabei haben, namens Sam. Ja. Nein. Kannst euch draußen die Stimmung nehmen. Hör auf, dich du mir hörn. Ja, was sie dir sagt. Wie geht denn das dir dazu? Schwierig gesagt, glaub' ich sogar. Okay. Ah, lass uns die Hielewichts-Blockboxen. Äh. Warum liegt'n? Da ist was. Da sind die eine hier. V-Type. Hallo? Wollen wir dich schon mal zurück? Hallo? Ich bring' sie zum Eingang, ne? Hallo? Ich fahr hier rein aus Schiff. Na? Na? Ich würd' dich fast weg zum Schiff bringen, oder? Hm, kann sich ja gerne mal hin und her zum Schiff gehen. Wir können zwei hier drin sein und äh, eine läuft draußen immer rum. Okay. Erst rennen hier. Okay. Wolang? Weiß nicht, hier war ich schon. Ja, war da ne Sack, hast du irgendwas? Ja. Okay. Ich weiß nicht mal, ob's hier weiter ging. Bestimmt. Ja, ich glaub' du kannst hier auf die linke Seite noch gehen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und ne Flashlight ist das ja. Ultra-Aids. Holy shit. Wo bist du? Ah! Oh Gott. Oh, hier scheint nichts mehr zu sein. Ist ne Sackgasse. Nein. Da ist auch nichts. Ne, das ist ja ganz. Nee, das ist ja ganz. Ne, alles. Wer? Ja, alles. R ich habe mich nicht so sehen er ist weiter verkaufen eck das gehört gerade bei jungs meine dritte ist gesättigt ich würde jetzt allein lassen johannes erlassen das ist nicht das für eine frechheit für die schaffte schon äh wir brauchen die seelische unterstützung ja so ist er auch joo bis denn auf jeden fall ich hab irgendwas reingelaufen was denn das äh hier kommt glaube ich wieder ein Blob hä? das sieht so an ne ne das ist kein Blob doch ich glaube das Ding ist halt irgendwas was? dieser Nebel da ist eine Spinne das 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 ist eine Spinne ich hab sie nicht gesehen da ist keine Spinne alles gut da ist sie wir kommen hier weg ich komm hier nicht hoch ich bin zu fett hast du sie gesehen? nein ich hab keine Spinne rumgelaufen du kannst da gerne wir können da gerne nochmal hingehen nein ich glaub dir das ich glaub dir das bedeutet dass ich da nicht nochmal hin muss ähm ich bin mal kurz hier runter gehen ich hab hier noch eins gefunden das stimmt wir können ja warte was ist ein Mehrwert das hier wir gehen einfach ganz langsam bitte ganz langsam bitte und wenig schnacken was hat denn der getan? ich weiß es nicht ich will zu suchen ich will zu suchen nö nein 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 komm mal hier siehst du monitoring Sven da siehst du die Map wo er ist oder so ich hab das tot ok er ist tot an was bist du gestorben? da war ein Viech oh ich wusste zum einen nicht dass ich die einfach runterspringen kann ich hab die Leiter genommen das hat nicht so ganz funktioniert wie gedacht und äh ja unten hat dann ein Viech auf mich gewartet ich meine das ist nicht ausgemacht ja lol du hast ne Tasche unterbillen du hast einmal auch gelebt ich hab's einfach mal erlebt äh ok wir können mal auf den anderen Mode einen Tag haben wir glaube ich noch oder? einen Tag haben wir ich glaube das hier reicht nicht wir müssen jetzt 225 machen dann brauchen wir ungefähr noch 100 116 ja easy ja auch ja so gut dann land ich jetzt ok das ist aber ein cooles Geräusch das wird auch gar nicht nervig ja schön so klingt so ein bisschen wie Bullhorn wobei das noch tiefer ist ich glaube jetzt kriegen wir gleich die Lieferung von den beiden Flashlights mal schauen ob's das gleich kommt aber da steht was von hourly delivery on the job kann eigentlich auch draußen was rumliegen oder nicht? weiß ich nicht das glaub schon aber nicht viel hm ich sehe keine Lieferung komm wahrscheinlich 8.30 Uhr sag ich ne ne das ist aber Leute die Lieferung nur Taschenlammer ne der der Didi-dim, 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 didi-dim... Hast du die zwei geholt? Ja, oder? Ich hab zwei geholt, ja. Macher. Wie viele haben wir jetzt dabei? Alle haben wir in der Taschenlampe. Wollen wir wieder welche auf dem Schiff lassen? Ne. Schlipp da besser. Hätsel bestimmt. Okay. Dein Wort im Gottesohr. Oh la, hier ist schon wieder so'n Ding. Hier ist schon wieder so'n Ding. Na ja, direkt. Hm, hier sieht's gut aus. Warte mal, wo seid ihr jetzt lang? Hier! An, warum sagst du denn was? Alter, weil ich kein Arsch noch bin wie du. Ja, lass. Ich hätte schon wieder was blubbern. Meinst du'n Blobbers hier? Ja. Lass mich auf jeden Fall so an. Warum hab ich, warum sind denn das die Normalen? Hallo. Das Wetter doch auch, oder? Ja, ja. Man wusste. Hm. Moin. Hm. Oh. Alter, diese Tür. Alter. Hier ist es gut. Da ist wieder ein Gerät. Der Gerät? Der Engine. Der ist schon wieder im Block. Ja, aber wo ist der? Kann sein, dass der ja unten irgendwo ist. Ja, dann würde ich mal nicht runtergehen. Der kann ja auch gleich gar nicht runtergehen. Der ist schon wieder so'n Kasten. Dann können die ja hochgehen. Da kann man ja gerade hin. Glaube ich. Glaube ich nicht. Ich glaube, wird mal keiner treffen gelaufen, oder? Oh, guck mal. Ich hab ne Flashbang. Ich wusste es. Ich wusste es. Was ist denn das, Alter? Eine selbstgebaut, äh, Flashbang-Kranate. Oh mein Gott, ich höre ich endlich klar. Hätten wir die nicht gut verwenden können? Ja, aber hätten wir es machen können, oder? Ich sehe da keinen Grund für die, die sind wohl zu verwenden, die Flashbang. Oder verkaufen hätte man die können. Ich habe richtig Schaden bekommen, ey. Alter. Selbstverdient. Meine Flashlight ist einfach leer. Was? Wie kann das denn sein? Ja, weil ich hier das Ding rumschleppe und es scheiße. Also, vielleicht soll ich meine mal ausmachen. Einen Sackwasser. Ja, hier waren wir doch schon. Da vorne müsste es gleich... Ja, genau. Hier ist der Ausgang. Komm. Hier ist ein Schrauber. Das ist noch ein Schrauber. Hier ist er auch. Wie viele Tage hat man noch einen, oder? Äh, beziehungsweise... Danach noch einen. Ist der zweite. Das heißt, wir müssen jetzt richtig... Richtig... Machen. Aber auch schnell so, ne? Nicht, dass ihr gleich... Ja. Ihr wisst Bescheid. Hier ist nichts mehr. Hä? Wo gehst du denn weiter? Hm? Ja, da wo wir vorhin waren, da gehst glaub ich dann weiter... Da sind wir nicht nach oben oder nach unten gegangen. Soll ich mal wieder Zeug zum Schiff bringen? Mach das. Ja. Weiter. Hup mal am besten, wenn du mal da bist. Vielleicht kann man das ja. Ja. Oh Gott! Oh mein Gott! Hallo Sven. Hallo. So. Ich wollte grad die Tür zumachen, aber da haben wir mich festgestellt, da ist keiner. Jaaaa. Den trägst du auch aus. Ja, oder ey, trägst du auch so aus. Hier, hier, hier können wir den austrägsen. Wo bist du? Das dauert jetzt wieder so ewig. Gar nicht. Ja, okay, solange wir uns nicht selbst umbringen, ist alles gut. Ja. Sven jetzt hinterher, reinläuft und da... Primo! Hahaha! Boblo, möchtest du die zwei tanzenden Trottel haben? Oh, Sven ist da! Der wird ja größer. Der wird ja größer. Ich krieg dich, Bob. So langsam wird's kritisch. Hahaha. Wie trägst du mal den jetzt eigentlich aus? Wie müssen den... Mann, das war lang, Thomas, ja! Häh? Da hinten kommt noch einer! Hahaha! Ich entdecke da ne kleine Lücke in dem Plan! Das ist so arsch! Das ist so arsch! Die kommen hier so gar nicht durch! Was ist eigentlich, wenn ich hier auf den Schrank klettere? Und passiert mir doch nix! Der Boden das Lava ist! Mach mal plötzlich mal die Ecke! Häh? 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 Wollt ich hier einfach drauf rumstellen? Weiß ich nicht! Häh? 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 Sven! Hahaha! Ne, mir passiert nichts. Scheiß Plopp, Mann! Haha, hallo! Ich glaub Sven... Ich glaub Sven ist instant gestorben. Hahaha! 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 Hallo? Er zieht sich über zurück! Scheiße! Ja, Sven! Sven ist direkt geleftet! Ähm... Ich hab ne Idee! Was denn? So muss ich das jetzt lieber erstmal überleben! Alter! Alter! Der kämpft uns! Nicht ein bisschen unheimlich? Äh... Warte! Easy! Da kommt der Nächste! Da kommt der Nächste! Da kommt der Nächste! Hahaha! Na du? Na du? Na du kleine Scheißer! Kommst du raus? Ich bin jetzt hier im Ausgang! Ich bin auf der Palette drauf! Hahaha! 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 Er kommt zu dir! Es sind beide bei mir gleich! Hahaha! Hahaha! Ja! Jetzt kommt der zu mir! Ach der wird getriggert davon, wenn irgendjemand auch im Boden ist! Ah ok! Also... Kannst du den ausweichen? Wenn du hier in die... Zum Eingang kommst? Die kommen jetzt beide zu mir! Ich kann hier raus! Ja ja! Warte! 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 Ich kann hier zu... Lass sie erstmal beide zu mir kommen! Kannst du die vereinen sich zu einem riesigen Plop? Hoffentlich nicht! Dann überlebe ich das hier nicht! Die Plops sind hier gerade ein bisschen größer als die Palette! Hahaha! Kannst du vielleicht irgendeinen Spot suchen, wo du die outplayen kannst? Weil ich komm die, glaub ich, nicht weg! Ich kann jetzt auf den Boden gehen und kann sie halt rauslocken, ja! Ah, ich glaub das wollen wir! Ah ok! Sie kommen jetzt zu mir! Ok! Und du hast hier am Eingang, hast du halt noch ne... Ah! Ah! Du bist so Christ! Was denn? Nix! Alles gut! Haha! Sie kommen jetzt zu mir! Sie kommen jetzt zu mir! Das ist mein Denken, ey! Also ich kann mir... Ich muss jetzt gleich hier raus! Heinzi! Was denn? Kannst du da langsam mal weg? Nö! Nein! Wir müssen noch warten! Also der eine kesselt mich hier gleich am Ausgang ein! Warte! Ich komme! Ich bin auf den Paletten hier vorne drauf! Ja Heinzi, es tut mir leid, ich muss gehen! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Kommt da an den Blobs nicht vorbei! Nee! Ich war jetzt hier die ganze Zeit am Screen am Beobachten! Hä? Achso, du hast ein... Achso stimmt, da kann man ja sehen! Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Das war eben knapp ein wenig mit dem Blob da! Hahaha! Ein ganz bisschen! Ich hab nur auf einmal gehört, Sven, Achtung oder sowas! Ich glaub das war's jetzt, oder? Mit Heinzi! Ach man ey, das ist eigentlich ein Kackspiel ey! Habt ihr das Horn gehört? Ne! Doch, haben wir! Wir haben das gehört! Achso? Ich hab's nicht gehört! Also ich hab's mehrmals gezogen! Ey, ihr hört nicht? Also habt ihr mich unmuted oder was? Ja! Und die Tür öffnet sich übrigens automatisch! Mach mal Zeit! Ja, weil da... Heinzi, ich konnte nichts machen für den... Mann! Ich werde dir von meinem Team verkauft! Hatte Heinzi noch Zeug dabei oder habt ihr noch Zeug gefunden? Ne! Hatte meine Flashlight dabei! Ich schade! Aber 136 von 229 ist jetzt gar nicht mal so... Moin! Moin! So, haben wir jetzt eigentlich genug? Ne, war! Ne, sehen wir doch! Ich glaub wir müssen jetzt auch auf der Hand fliegen! Also wir können nicht noch mal rein! Oder? Ne, wir können nicht noch mal rein! Können wir unsere Flashlights da verkaufen oder so? Vielleicht wird das noch mal... Oh, warte! 200... Ne, 204... Haben wir! Haben wir jetzt insgesamt! Können wir nicht nochmal rein! Ich dachte, wir könnten dreimal rein! Oder... Ich bin mir nicht sicher! Ne, 225 haben wir genau! Wir haben genau 225! Wir brauchen 225! Ja, wir haben genau 225! Wo sehe ich denn das? Achso, wenn ich... Ja! Ja, okay! Ja! Gut, dann... Da haben wir ja... Fett Glück gehabt! Dann ab! Gut, dass ich so fleißig war und das Zeug weggebracht habe! Ja, das hast du schon gemacht! Guter Zeug! Wenn das auch nicht gestorben wäre! Wenn das auch vor die Runde gestorben wäre! Ja! Ja, dafür hast du ja eine wunderschöne Zeit mit zwei Blobs verpasst! Das war so schlecht, Mann! Ich habe es beobachtet auf dem GPS! Wow! Hallo, ich möchte da hoch! Ja, das war's schon! Ja, das war's schon! Nein, das war doch nicht alles, oder? Doch! Total 225 steht da! Ok, ich hatte 175 da stehen! Ja! Ja! Profit Quota 225 von 225! Wirklich, einfach! Am letzten Drücker! Ganz schön lucky, Alter! Holy shit! Ah, kann man am letzten Tag wirklich nichts mehr machen? Nö, ich glaube nicht! Nö! Weil du, glaube ich, immer einen Tag brauchst zum Hinfliegen! Ok! Also, ich möchte noch nicht mehr in die processing auf dem Und verabschiedet. der Mannitage, ihr sieben und ihr seht zu. Und wir sind ja, ich bin einig, das ihr mit der Mannschaft. Und wir sind so im Entschluss! Ja, ich bin einig, braucht es zu schmerzen! Und wir sind einig, das ist, die ich so einig! Meinasser, ist das, die ich in die predictable! Das ist jetzt nö, also nicht vorbegin müssen! Vielen Dank.